Männlichkeit leben, die Stärkung des Maskulinen von Björn Thorsten Leimbach Vorwort Herzlichen Glückwunsch, Mann! Sie hören mein erstes Hörbuch, meines ersten von mittlerweile zehn Büchern. Dieses 2007 erstmals erschienene und über 40.000 Mal verkaufte Buch ist wohl das meistgelesene der deutschsprachigen Männerbücher. Es initiierte eine neue Männerbewegung und ist mittlerweile als eine Art Männerbibel die Grundlage für viele Coaches, Therapeuten und Seminarleiter, die mit Männern arbeiten. Die wesentlichen Ideen darin, wie positive Aggression, Bedeutung des Vaters, Polarität der Geschlechter, um einige zu nennen, sind seitdem vielfach aufgegriffen worden. Es gibt einige Aktualisierungen, aber leider meist nicht zum Positiven. Die von mir aufgezeigten gesellschaftlichen Entwicklungen zur Auflösung der geschlechtlichen Identitäten, Benachteiligung von Jungen in Erziehung und Schule, Vaterlosigkeit und weiblicher Dominanz in Beziehungen sind weiter fortgeschritten. Das beginnt für Jungen bereits in Kitas und Schulen. Männlichkeit wird mit Begriffen wie toxische Männlichkeit diskreditiert. Zum anderen wird versucht, immer größere Verwirrung in Bezug auf männliche und weibliche Identität zu stiften, was zu Verunsicherung und Schwächung bei vielen Männern führt. Dieses Buch ist deshalb aktueller denn je für alle Männer, die ihre Männlichkeit stärken und ihr männliches Potenzial befreien wollen. Es hilft Männern, nicht nur ihre eigenen Probleme oder Schwächen zu verstehen, sondern auch die gesellschaftlichen Ursachen zu erkennen, warum aktuell viele Männer mit ihrer Männlichkeit hadern. Ich bedanke mich bei meinen zahlreichen Lesern und den vielen Zuschriften und wünsche Ihnen als Hörer neue Erkenntnisse auf Ihrem Weg als Mann. Kapitel 1 Der Herzenskrieger Für eine neue und selbstbewusste Männlichkeit Die meisten Männer haben ihr Herz an die Frauen verloren. An die Mutter, die Erzieherin, die Freundin, die Ehefrau. Was viele dabei übersehen, solange Männer auf Bestätigung durch Frauen hoffen, bleiben sie in einer abhängigen und isolierten Position. Und ohne es zu bemerken, opfern sie das Beste, was sie besitzen, ihre Männlichkeit. Die männliche Rolle war über Jahrtausende geprägt von Jagd, Kampf und Aggression. Fähigkeiten, die das Überleben der Menschen in der Evolutionsgeschichte überhaupt erst möglich machten. Männliche Werte und Eigenschaften waren Mut, Disziplin, Willensstärke, Verantwortungsübernahme und Zielstrebigkeit. Entsprechend war auch die männliche Sozialisation ausgerichtet. Die Weitergabe männlicher Eigenschaften und Tugenden war bis vor zwei bis drei Jahrzehnten gesellschaftlich ausdrücklich erwünscht und wurde für einen Jungen und Mann als notwendig angesehen. Die weibliche Rolle hingegen war in der Geschichte der Menschheit vorrangig auf die Reproduktion, die Erziehung der Kinder, auf Ernährung und Fürsorge ausgerichtet. Hingabe, Einfühlungsvermögen und Anpassungsbereitschaft waren die klassischen weiblichen Werte. Die Rolle der Frau war außerdem meist durch die Abhängigkeit vom Mann geprägt, der auch ihren gesellschaftlichen Status bestimmte. Die Frauenbewegung hat in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Veränderung im Selbstverständnis von Männern und Frauen bewirkt. Traditionelle Werte, die mit Stereotypen, Denk und Verhaltensweisen einhergegangen sind, wurden in Frage gestellt. Ein neues Bewusstsein etablierte sich. So akzeptieren heute nur noch wenige gebildete Frauen die Rolle der Ehefrau, die sich für den Mann an Heim und Herd aufopfert. Frauen stellen immer stärker ihre persönliche Entwicklung und berufliche Karriere in den Vordergrund. Das Motto lautet, selbst ist die Frau, unabhängig und selbstbewusst. Klassische Machos sind dementsprechend out. Frauenbewegung und Emanzipationsbestrebungen haben in den letzten 50 Jahren jedoch nicht nur die gesellschaftliche Rolle der Frau verändert, sondern entsprechend auch bei den Männern ihrem geschlechtlichen Pendant massive Veränderungen bewirkt. Dabei hat dieser Wandel in den Geschlechterrollen keineswegs nur längst überflüssige, verkrustete Strukturen aufgebrochen, sondern hat bei beiden Geschlechtern auch zu einer zunehmenden Rollendiffusion geführt. Frauen stehen oftmals ratlos vor der Frage, ob sie sich für Kinder oder Karriere entscheiden sollen, denn sie finden beide Rollen meist kaum miteinander vereinbar. Soziodemografisch zeigt sich dieses Dilemma deutlich in dem starken Geburtenrückgang, insbesondere bei Frauen mit gehobenem Bildungsabschluss. Noch dramatischer wirkt sich der Wertewandel allerdings auf die Männer aus. Männliche Tugenden wie Aggressivität, Mut und Durchsetzungskraft werden heute in der Gesellschaft nicht mehr wie vor 30 Jahren unangeschränkt wertgeschätzt. Im Gegenteil. Sie werden sehr kritisch betrachtet. Es ist sogar so weit gekommen, dass Jungen und Männern typische männliche Eigenschaften zunehmend aberzogen werden. Frauen übernehmen die Führung In meiner mittlerweile über 30-jährigen Erfahrung in der Seminararbeit und therapeutischen Beratung beobachte ich diese kontinuierliche Veränderung und ihre Folgen. Immer mehr Männer entwickeln statt ihrer männlichen Seite ihre weibliche Seite. Sie entdecken Qualitäten wie Emotionalität, ihr Harmoniebedürfnis, Ruhe und Einfühlungsvermögen. Sie lernen, auf Frauen einzugehen, Karriere nicht als oberstes Ziel zu sehen und ihr Selbstverständnis als Mann von der Bestätigung durch Frauen abhängig zu machen. Immer mehr Frauen entwickeln und stärken dagegen ihre männlichen Anteile. Sie gewinnen an Stärke und Selbstbewusstsein, entwickeln ihre Durchsetzungsfähigkeit und ihre Willenskraft. Auf den ersten Blick mag es so erscheinen, dass diese Veränderungen zu mehr Annäherung und Verständnis zwischen den Geschlechtern führen. In der Praxis jedoch zeigt sich eine tiefe Verunsicherung, die insbesondere die Männer betrifft. Immer mehr Männer leiden in Partnerschaften unter emotionaler Abhängigkeit oder ziehen sich in die Einsamkeit zurück. Wer bin ich als Mann? ist eine Frage, die viele Männer beschäftigt. Klassische männliche Qualitäten wie Disziplin, Ehrgeiz, Aggression und Pflichtbewusstsein werden abgelehnt. Meist einhergehend mit einer Ablehnung des eigenen Vaters, dem ersten Vorbild für Männlichkeit im Leben. Viele Männer bemühen sich sogar darum, jegliche Aggressivität, Kraft und auch ihre Sexualität zu verstecken. Einer Frau wehzutun, im realen wie im übertragenen Sinn, ist ein ultimatives Tabu. Sie selbst aber sind bereit, sich emotional verletzen zu lassen. Wie kleine Jungen, die auf eine Anerkennung durch ihre Mutter hoffen, wenn sie lieb sind. Und mit Strafe rechnen, wenn sie unartig waren. Doch je netter die Männer werden, umso mehr verlieren sie sich selbst als Mann. Wie ein Wolf, der sich in einem Schafspelz versteckt und irgendwann vergisst, dass dies nur eine Verkleidung ist. Das Paradoxe ist, die meisten Frauen haben auf Dauer wenig Interesse an einem netten Mann. Sobald eine Frau die Dominanz über ihren Mann hat, befindet sie sich in der Mutterrolle und betreut ihn als großen Jungen. Eine Rolle, die nur wenige Frauen auf Dauer attraktiv finden. Viele suchen sich lieber einen richtigen Mann, um etwas Aufregendes zu erleben. Unsere interaktive Umfrage im Internet zum Sexualverhalten ergab beispielsweise, dass Frauen mittlerweile genauso treu oder untreu sind wie Männer. Eine Umfrage in der Märzausgabe 2007 der Zeitschrift Player zeigt auf, dass 67% der Frauen fremdgehen, weil sie mit ihrem Sexleben unzufrieden sind. 23% aus purer Abenteuerlust. Frauen übernehmen immer mehr die Führung und Verantwortung in Ehe und Beziehungen, während Männer zu Problemfällen werden, die sich nicht verändern wollen. Sie werden zu braven und lieben Jungen, die keiner Frau wehtun wollen. Jungen, die bereit sind, ihre eigenen Wünsche und Visionen, ihre Freiheit und Aggression aufzugeben, manchmal sogar ihre Sexualität, um eine Frau glücklich zu machen. Diese aktuelle Rolle des Mannes wird auch in deutschen und amerikanischen Spielfilmen sehr anschaulich dargestellt. Der Mann tritt meist als netter, trotteliger Partner in Beziehungen auf. Die Frau hat die Macht, die Führung und Kontrolle. Der Mann punktet höchstens durch liebenswerte Marotten. Männer werden als große Jungen dargestellt, ohne Biss, ohne Macht und völlig abhängig von ihrer Partnerin. Ein Spiegelbild vieler realer Beziehungen. Der gesellschaftliche Wertewandel hat dazu geführt, dass Frauen heute intensiv gestärkt werden. Jede größere Stadt unterhält heute eine städtische Gleichstellungsstelle, deren Gleichstellungsbeauftragte darauf achten sollen, dass Frauen nicht benachteiligt, sondern gefördert und besonders geschützt werden. In den Kulturangeboten der Städte finden sich öffentlich geförderte, geschlechtsspezifische Angebote, die ausnahmslos Frauen vorbehalten sind. Die Erziehung in den Sozialisationsinstanzen...